Ich habe mich vorbereitet, er hat relativ wenig Turnierpartien. Also ich kenne ihn als guten Blitzspieler, er spielt bei Tegel immer in diesen Mannschaftsblitzturnieren und da sehr stark. Und er hat auch mal gegen Magnus Karsin gewonnen im Jahre 2004, so in der Turnierpartie. Wie alt hat er auch noch? Das war er schon. Das war er schon. Du spielst aber auch gegen Edu Schmecherer, E5, weil... Kann nichts anderes. Kann man dann drüber diskutieren. Also hier bei ihm, ich habe mich ja vorbereitet. Ich habe gesehen, er spielt Spanisch und dann auch nicht auf Remis, sondern um eine Stellung zu kriegen. Und damit war ich natürlich einverstanden. Ansonsten, ja, muss man vielleicht auch mal den C-Borne anfassen, aber kann man drüber starten. Aber so, die Stellung, da hatte ich ja nichts gegen alle. Die wurden auf dem Brett. Nicht so schnell. Entschuldige, wo soll ich denn einhaken? Von mir aus hier. Hier ist noch normale Stellung, C3. Und hier in diesem Stellungstyp ist sehr häufig die Frage, wenn man den Läufer schon auf C5000 hat und D6 gespielt, ob man rochieren will und zulassen, dass man mit Läufer G5 gefesselt wird oder ob man es verhindern will. Und hier zum Beispiel an der Stellung ist H6 ein völlig vertretbarer Zug, wonach mir auch nicht viel Böses droht. Also auch wenn das jetzt hier mit frühem D3 war, ist das nicht von irgendwie so ein bisschen Archangelz? Ich kann mich mit den Fachbegriffen nicht so aussehen. Keine Ahnung. Archangelz ist glaube ich mit Läufer B7 früh und dann C3, D4. Ja, aber macht ja keinen Sinn, er preist ja auf Granit, auf D3, E4, also steht schon richtig auf C4. Also gerade, ich dachte in dieser Stellung, dass dieser Läufer G5 Läufer H4 nicht gut ist, dass er das auch nicht machen will. Aber im Nachhinein vielleicht wenig drauf einlassen soll. Und dann, wenn man, das muss man dann jetzt aber auch so... Muss man ja auch nicht, weil der nerft natürlich der Läufer, ne? Früher, das steht da. Also man kann ja auch erstmal andere Züge machen, Läufer D7, Dame E7, was weiß ich. Aber irgendwann muss man sich eigentlich befreien. Und ich dachte, das ist auch prinzipiell, ich dachte einfach, das Opfer ist nicht gut. Nachdem ich kurz raufiert hatte, hatte ich das schon so geplant. Andererseits, wenn der Läufer zurückgeht, hat Weißer wirklich überhaupt nichts, ne? Ne, der Läufer steht eben sehr, sehr schlecht drauf, geht rein. Er braucht ewig, um wieder ins Spiel zu kommen. Und ich fessel den wahrscheinlich irgendwie mit Läufer G4, spielt sich sehr angenehm für Schwarzhinter. Also, aber Springer G5 hatte ich nicht überrascht dann. Ne, klar, aber ich meine, ich wollte ja, kommt sie kurz an. Ja, König G7 ist schon die Frage. Läufer G4 ist, was die Viecher anzeigen. Und hatte ich während der Partie auch angedacht. Wahrscheinlich ist er auch ein besserer Zug. Ich dachte dann, so König G7, dieses Opfer gibt es ja in vielen Variationen. Und König G7 ist so die Standardantwortung. Aber gefährliches Halbwissen so ein bisschen, dass das hier auch nicht schlecht sein kann. Wie geht's weiter nach Läufer G4? Ja, ich dachte, Dame E1. Dachte ich während der Partie so mit der Idee, König H1 und dann F-Bauer geht nach F3 bis F4. Und dann kommt die Dame irgendwie an. Aber trotzdem verhindert das jedenfalls, dass er mich gleich so fesselt überall, wie es in der Partie kommt. Dame F3 ist völlig richtig. Ich muss mich schnell da, bevor ich an mich dazu komme, Dame E8 oder Dame D7 zu spielen. Fesseln. Turm H8 kann man drüber streiten, aber finde ich auch logisch. Und hier ist ein bisschen das Problem, dass ich mich nicht so richtig rühren kann. Ich kann keinen Springer ziehen, weil die beide gefesselt sind. Und ich brauche auch ziemlich lange, also ich muss Dame E7, Turm weg und dann Springer weg. Und C6, Springer nach E6. Ich brauche ziemlich viele Züge, um mich da zu enttäuschen. Und wenn du jetzt so in dieser speziellen Situation, dass du als Spieler mit über 2,6 ging, die man spielst ja so ein bisschen über 2,3 hatte. Ja, ich war tierisch genannt, Sonntagmorgen. Ich bin eh noch verschlafen und müde von Gibraltar und da haut eine Figur rein auf G5. Und ich muss aufpassen, wenn ich matt werde. Also hier ist auch nicht so ein Spiel auf ein Tor, wie man es gerne hat in der Situation. Das wäre ja etwas falsch, wenn ich etwas falsch mache. Das ist Remiswert, wenn ich hier etwas falsch mache. Bleib ich matt wahrscheinlich. Insofern war mir die Situation nicht angenehm. Aber ich dachte immer noch, dass es eigentlich nicht korrekt sein kann. Und dass ich nicht so viel falsch gemacht haben kann bisher. War also guter Dinge. Aber objektiv ist gar nicht klar, die Stellung. Vielleicht war falsch meine Stellungseinschätzung.